Hey, schön, dass du hier bist bei dieser Folge. In dieser Folge geht es um dieses große Wort Erfolg. Und ich habe gleich eine Frage an dich und zwar, was ist Erfolg für dich? Was ist Erfolg für dich? Und ich bin gespannt, was jetzt in deinen Kopf gekommen ist. Sind dir jetzt Gedanken in deinen Kopf gekommen von einem Auto, eine große Karriere, viel Geld oder vielleicht ist es in deinem Kopf gekommen, und das wäre auch spannend, tolle Beziehungen, tolles Haus, in welcher anderen Besitztümer. Und es ist ganz spannend, wenn wir in unsere Gesellschaft blicken und diese Frage, die für irgendwie jeden klar ist, aber eigentlich überhaupt nicht klar ist, diese Frage von, was ist Erfolg, hat jede andere Bilder in seinem Kopf. Und tendenziell haben wir in unserer Gesellschaft, in unseren Köpfen mit Erfolg, mit Wohlstand, Wohlstand, mit Reichtum, mit Status. Weil das natürlich, Wohlstand, Status und Reichtum, uns von der Leistungsgesellschaft und von der Konsumgesellschaft eingeredet worden ist. Die Konsumgesellschaft, die möchte, dass wir konsumieren und kaufen, sagt natürlich, du brauchst noch dieses Statussymbol, den neuen Mercedes, du brauchst dieses große Haus, du brauchst das neue iPhone, du brauchst das neue Handy, du brauchst das und das und das und das, weil das macht deinen Status aus. Dann bist du erfolgreich. Und die Leistungsgesellschaft sagt im Grunde genommen das Gleiche, indem sie sagt, hey, du musst leisten, du musst was machen, du musst was aus dir werden, damit du dir natürlich das leisten kannst, jemand bist. Und das ist für mich genau das Hamsterrad. Genau diese Illusion des Erfolgs, die uns faktisch nach den neuesten psychologischen Studien aus der positiven Psychologie nicht glücklich macht, nicht erfüllt und ganz klar aus der buddhistischen Psychologie uns nicht erfüllt und nicht glücklich macht. Und im Grunde genommen, jeder, der nach Erfolg strebt, wünscht sich ja eigentlich, wünscht sich glücklich zu sein, wünscht sich ein erfülltes Leben zu leben. Und da gibt es hunderte Studien in der positiven Psychologie und alle zeigen eigentlich das, dass dieses Nachjagen, dieses Hamsterrad uns nicht glücklich macht. Eine Studie hat zum Beispiel gezeigt und die war für mich sehr spannend, dass wenn wir so einen richtig, richtig riesigen Erfolg haben, wo wir sagen, das ist ein Lebenserfolg, den ich immer erreichen wollte, wir im Durchschnitt zwei bis vier Wochen glücklicher sind. Also dieses große, mega große. Und dann kommen wir zu unserem Niveau zurück. Und wenn wir so einen normalen Erfolg, wie ein gutes Abi, ein guter Beruf, ein Abschluss zu dem sowas haben, also ist ja auch schon wieder ein großer Erfolg, durchschnittlich zwei bis vier Tage glücklicher sind. Die Psychologie, die positive Psychologie hat gezeigt, Erfolg in diesem Sinne macht nicht glücklich. So, was ist dann für mich Erfolg und welcher Erfolg macht wirklich glücklich? Und für mich ist Erfolg tatsächlich glücklich zu sein. Das heißt, das Endziel, das Endziel, was wir uns eigentlich nach dem Erfolg wünschen, weil wir wollen ja Erfolg, um glücklich zu sein. Wir tun ja das alles, um glückliches und erfülltes Leben zu leben. Ich versuche, dieses Endergebnis in meinem Leben jetzt schon zu erfahren. Dinge jetzt schon zu tun, die mich glücklich machen, die mich erfüllen. Und das sind oftmals nicht genau die Dinge, die einen reich machen, die einen großen Status bringen. Kann manchmal zusammenpassen? Meistens nicht. Aber die Menschen, die genau das leben, die sind wirklich Erfolg, weil sie Glück spüren. Und da kommt dieser weise Spruch, den jeder kennt, ins Spiel. Der Weg ist das Ziel. Das heißt, indem wir das, was wir gerne machen, schon jetzt machen, sind wir auf dem Weg, der schon das Ziel ist. Weil so war das Ziel, nach dem Erfolg kommt das Glück, nach dem, dass ich das erreichte, kommt das Glück, nach dem, dass ich das genau habe, wie ich es mir vorstelle, kommt das Glück. Indem wir das Glück, die Freude, schon im jetzigen Moment bringen, mehr von dem tun, was uns erfüllt, mehr von dem tun, was uns ein Lächeln auf die Lippen zaubert, dann wird der Weg das Ziel. Denn jeder Schritt in unserem Leben nehmen wir dann wach und präsent wahr. Und eins ist ganz wichtig hier zu verstehen, und ich komme gleich zu zehn Punkten, das für mich Erfolg bedeutet auch, komme ich gleich dazu, indem wir diesen Shift machen, zum jetzigen Moment, wird das Leben auch Selbsterfahrung. Das bedeutet nicht, dass man nur noch strahlend durch die Welt läuft, und das bedeutet nicht, dass man nur noch das tut, was man liebt. Das kann auch sein. Schau, was ich hier super gerne mache, ist genau das hier. Diese Videos für dich drehen, diese Dinge für dich aufzunehmen, das bringt mein Herz zu lachen. Und da ist natürlich Dinge dabei, die herausfordernd sind. Beispielsweise, ich habe hier ein kleines Unternehmen aufgebaut, Mitarbeiter zu führen, ein Unternehmen zu gründen, die ganzen Dinge zu machen. Die waren alles herausfordernde Schritte auf meinem Weg. Aber das war dann ein Weg oder ist ein Weg der Selbsterfahrung. Ich habe mich auf diesem Weg selbst erfahren. Kein Endziel der Welt ist es wert, dafür zu kämpfen. Aber, wenn ich sage, das ist mein Weg, und ich lebe dann aufrichtig und wach und präsent in jedem Moment, dann wird der Weg zur Selbsterfahrung, dann wird der Weg zum Ziel. Und das ist die wahre Bedeutung von diesem Spruch, der Weg ist das Ziel, in dem wir aufhören, in die Zukunft zu starren, sondern hier im Moment Schritt für Schritt gehen. Und jetzt habe ich so diese zehn Punkte, die hängen bei mir auch groß im Büro für meine Mitarbeiter. Und zwar, Punkt Nummer eins ist, denke frei und träume groß. Denke frei und träume groß. Weil wir oft haben so viele Blockaden, so viele Einschränkungen in unserem Kopf. Das muss man machen, das sollte man machen, damit kann man kein Geld verdienen. Das wäre jetzt ein komplett eigenes Video, aber da, das hast du vielleicht jetzt schon in den einleitenden Minuten hier dieses Videos gemerkt, dass da so viele limitierende Glaubenssätze kommen, die sagen, Hey, ich kann mit dem, was mir Freude bereitet, kein Geld verdienen. Und vielleicht ist es auch zu Beginn gar nicht das Ziel, Geld zu verdienen. Ich erzähle immer gerne diese schöne Geschichte von einer Bekannten von mir, die gerne Kaktusse züchtet. Die hat Kaktusse geliebt, Kaktusse, diese stacheligen Pflanzen. Und das Spannende ist, niemand hätte je gedacht, dass sie damit Geld gemacht hat, inklusive ihr. Aber sie hat immer mehr davon gemacht und wurde wirklich zur Expertin über Kaktusse. Und irgendwann kamen Aufträge rein, die sie gefragt haben, Hey, möchtest du auf so einem Kongress sprechen? Möchtest du, sie sind von Gärtnereien eingeladen worden, um dort Schulungen zu geben. Und hat immer mehr ihr Hobby zum Beruf gemacht. Wenn sie am Anfang nicht frei und groß gedacht hätte und sich von diesem Eigenschränken hätte lassen, wäre sie dort geblieben, wo sie immer war. Aber indem sie einfach immer mehr dem gefolgt ist, was sie Freude bereitet hat, ist sie zu dem gekommen, was sie gern gemacht hat. Punkt Nummer zwei ist, du kannst viel mehr, als du glaubst. Wir haben meistens so einen engen Radius von dem, was wir glauben zu können. Ich kann vielleicht das, aber das kann ich auf keinen Fall. Aber das ist das Spannende, das, was ich gerade noch gemeint habe, ist, wenn wir uns auf diesen Weg machen, dann ist es auch nicht nur ein Weg der Freude, sondern auch ein Weg der Selbsterkenntnis. Der Erkenntnis, was habe ich hier für Blockaden? Wo schränke ich mich noch selbst ein? Und da gibt es auch spannende Studien aus der positiven Psychologie, die zeigen, das, was du glaubst zu können, das bildet deinen Horizont. Und du denkst, dieser Horizont ist wahr. Obwohl dieser Horizont nur das ist, wo du glaubst. Wenn du glaubst, 10.000 Euro sind viel Geld, ist das dein Horizont. Ein Millionär würde niemals sagen, 10.000 Euro ist viel Geld. Und für den ist der Horizont vielleicht bei 10 Millionen. Das, was du glaubst, ist dein Horizont. Und darum, du kannst viel mehr, als du glaubst. Viel mehr. Der nächste Punkt ist, glaube an dich und handle. Dieses Handeln kann ich immer nur unterstreichen, weil die meisten Menschen schauen diese Videos an. Die meisten Menschen fangen an aufzuwachen, fangen an zu verstehen, handeln aber nicht. Mach es praktisch für dich. Wenn du sagst, hey, da ist eine Passion bei mir im Leben. Das ist was, was ich gerne mache. Mach mehr davon. Plan es in deiner Terminkalender. Geh raus. Tu es. Tu das. Punkt Nummer 4. Wachse täglich. Wachse täglich. Auf diesem Weg. Wenn wir uns aus unserer kleinen, sicheren Blase hinaus bewegen, wenn wir uns aus unserem Wohlfühlbereich raus bewegen, also aus unserer Comfortzone, wie es so schön heißt, sind wir zwangsläufig an einem Punkt, wo wir wachsen müssen. Wo wir reifen müssen. Wo wir alte Blockaden lösen dürfen. Wo wir alte, ungesunde Muster loslassen dürfen. Und neue, gesunde, dienliche Muster entwickeln dürfen. Neue Gewohnheiten entwickeln dürfen. Wir dürfen täglich wachsen. Allein, indem du solche Dinge ansprichst, wächst du innerlich. Wachstum ist ein wichtiger Faktor. Faktor Nummer 5. Lass dich nicht ablenken. Diesen Punkt habe ich auch ganz groß bei uns im Büro aushängen. Weil die Gefahr, die diese Welt bietet mit Social Media, Instagram, Facebook, YouTube, all diese Dinge, die einen ständig beballen, ständig die Aufmerksamkeit wollen, ständig blinkt das Handy, haben wir es verlernt, fokussiert zu bleiben. Bei dem zu bleiben, was uns wirklich wichtig ist. Punkt Nummer 6. Es vertraut deine Intuition. Und Intuition ist etwas ganz Spezielles. Da gibt es hier auf diesem Kanal auch ein eigenes Video dazu. Schau dir dieses Video zur Intuition an. Intuition ist nämlich nicht das Bauchgefühl. Ganz wichtig. Wenn wir aber gelernt haben, was Intuition ist, können wir dem vertrauen. Und das lenkt uns. Dann lenkt uns nicht mehr unser kleiner Verstand, der meint, das erreichen zu müssen, das ist wichtig, das ist nicht wichtig. Sondern es lenkt uns eine höhere Intelligenz, die uns sagt, dort geht es hin. Punkt Nummer 7. Durchhaltevermögen ist der Schlüssel. Und jetzt kommen wir zu einem spannenden Punkt. Weil viele fangen an zu verstehen, dass wir der Freude folgen dürfen. Dass wir das tun dürfen, was wir gern machen. Was ein freudvoller Ausdruck in diesem Leben ist. Und kommen dann an eine Grenze, wenn sie sagen, oh, jetzt darf ich mal dranbleiben. Weil manchmal kann es sein, dass es uns etwas Freude bereitet. Aber wenn wir an einen gewissen Punkt kommen, ist die Freude vielleicht nicht mehr so stark. Und das ist völlig normal. Manchmal ist es normal, dass man einfach durchhalt. Dass man einfach sagt, okay, ich bleibe dort dran. Ich tue es. Durchhaltevermögen ist ein Schlüssel. Viele haben mich immer gefragt, was war denn der entscheidende Faktor? Ich habe einfach weitergemacht. Einfach weitergemacht. Die meisten Menschen, die ich sehe, die scheitern, hören nach 6 Monaten auf. Nach 7 Monaten auf. Mit dem, was sie gern tun. Weil sie denken, irgendwie funktioniert es nicht. Wenn man bei mir genau hinschaut, die ersten Monate, da hat es gar nichts passiert. Aber ich hatte diese Passion, diese Leidenschaft, diese Nachricht, die ich in die Welt tragen möchte. Weil ich es in die Welt tragen wollte. Diesen inneren Ausdruck bin ich dran geblieben. Also halte durch. Punkt Nummer 8. Rückschläge und Niederlagen sind ein wichtiger Teil des Lebens. Ein wichtiger Teil dieses Pfades. Wachstum bedeutet nicht nur an seinen Herausforderungen zu wachsen, sondern auch mal an seinen Fehlern zu wachsen. Auch mal an Niederlagen zu wachsen. Das gehört wirklich dazu zum Leben. Gerade in dem, wo etwas nicht funktioniert. In dem, wo wir an Grenzen stoßen. In dem, wo wir an Selbstzweifel geraten. In dem, wo wir denken, hey, es geht nicht mehr. Das verbirgt das größte Wachstumspotenzial. Es wurden mal 500 der erfolgreichsten amerikanischen Unternehmer befragt, wie sie über Niederlagen interviewt. Und diese haben gesagt, sie waren einheitlich. Also von diesen 500 fast alle haben gesagt, ihr größter Erfolg lag meistens direkt hinter einer Niederlage. Direkt hinter der Niederlage. Und viele, die nicht erfolgreich sind, was Erfolg auch immer für dich bedeutet, hören bei der Niederlage auf. Die lernen nicht aus der Niederlage. Die wachsen nicht aus der Niederlage. Die gehen nicht weiter. Die lernen nicht die Lektionen, die diese Niederlage für sie dabei hatte. Und kommen nie an den Punkt, wo sie gerne hinwollten. Punkt Nummer 9 ist, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Seid dankbar und großzügig. Seid dankbar und großzügig. Was ich oft in der Welt sehe, ist Leute, die mit einer Passion etwas hinterherlaufen. Und vom langen Mal auch jahrzehntelang. Und dann, als dieses Hinterherlaufen zum Selbstzweck wurde. Und die nie innegehalten haben und sich für das, was hier passiert, dankbar zu sein. Im Großen und im Kleinen. Nicht zu sagen, ich bin erst dankbar im großen Erfolg, sondern ich bin dankbar auf dem Weg. Denn Dankbarkeit, da gibt es auch ein ganz spannendes Video hier auf diesem Kanal. Dankbarkeit ist der Schlüssel zu einem glücklichen Leben. Zu einem erfüllten Leben. Und der schönste Ausdruck von dankbar ist, wenn wir uns verschenken. Was ich hier zum Beispiel auf diesem Kanal mache, ich gebe hier alles, was in mir steckt, gebe ich hier raus. Alles, was ich nur kann. Weil ich dankbar bin für das, was ich von dieser Welt bekomme und möchte das zurückgeben. Wir haben beispielsweise auch bei uns in der Achtsamkeitsakademie ganz wundervolle Spendenprogramme, wo wir Menschen unterstützen, die einfach nicht so viel haben. Und dieses Verschenken ist einer der berührendsten Teile auf diesem ganzen Weg. Und die Regel Nummer 10 ist, du kannst alles schaffen, wenn du deinem Herzen folgst. Du kannst alles schaffen, wenn du deinem Herzen folgst. Und das ist so ein Spruch, den viele kennen, folge deinem Herzen und viele verstehen ihn nicht. Aber wenn wir mal Verbindung mit unserem Herz aufgebaut haben, das kommt oftmals erst durch eine Meditationspraxis, merken wir, dass da innerlich so ein Strahlen ist, so eine Freude ist. Wenn wir unseren Weg gehen und diesen konsequent folgen, merken wir, wie unser Herz dabei aufgeht. Wie unser Herz sich öffnet und sagt, ah, das ist wundervoll. Und wenn wir diesem offenen Herzen folgen, können wir nicht scheitern. Dann können wir nicht. Dann sind wir auf dem Pfad. Dieses offene Herz ist unser Kompass. Nicht unser Verstand, der immer denkt, irgendwas zu machen. Das offene Herz. Um das geht's. Und cool, dass du hier dabei bist. Denn wenn wir diese Regeln des Erfolgs mehr leben, wenn wir diese Idee von Erfolg neu schreiben, nicht mehr Geld, nicht mehr Status, nicht mehr irgendwas sein, sondern anzufangen, nein, es ist dieses lachende, freudvolle Herz, es ist dieser liebende Ausdruck auf diesem Planeten, es ist diese Passion, der wir folgen. Wenn wir das verstanden haben, dann transformieren wir nicht nur uns, sondern die Welt, in der wir leben. Dann sind wir, wie Gandhi es so schön gesagt hat, wir sind die Veränderung, die wir in der Welt sehen wollen. Sei es selbst die Veränderung, die du in der Welt sehen möchtest. Teil dieses Video per WhatsApp, per Facebook mit deinem Liebsten, weil ich glaube, diese Nachricht darf in die Welt, damit wir eine Welt erschaffen, die es Bock macht zu leben, wo wir, wo du, ich, jede von uns persönlich wächst. Dafür möchte ich mich bei dir bedanken, dass du hier dabei bist, ich möchte mich bedanken, dass es dich gibt und ich wünsche dir einen wundervollen Moment. Bis bald, dein Väter Bär. Tschüss. Tschüss.